Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. An dieser Stelle üben wir heute grammatikalische Transformationen, die für die Prüfungen relevant sind. Wir bleiben beim Thema Wintereinbruch für Autofahrer. Übung 1. Bitte transformieren Sie nach unseren Anweisungen das kursiv unter Strichen gedruckte, ohne den Sinn oder den Inhalt des Satzes zu verändern. Nummer 1. Wenn Schnee, Eis und Frost herrschen, dann birgt dies für den Autofahrer Gefahren. Bitte nominalisieren Sie. Nummer 2. Grund genug dafür, dass der Autofahrer gut ausgerüstet ist. Nominalisieren Sie. Nummer 3. Dies gilt auch im Herbst bei nassem Laub oder Raureif. Nummer 5. Verbalisieren Sie. Nummer 4. Mit den richtigen Reifen ist der Fahrer auf der sicheren Seite. Bilden Sie das Verb, also verbalisieren Sie. Und Nummer 5. In der Scheibenwaschanlage oder Scheibenwischanlage sollte ein frostsicheres Reinigungsmittel sein. Bilden Sie einen Relativsatz. Ich werde Ihnen in Kürze die Lösung nachliefern, sodass Sie eine Kontrollmöglichkeit darüber haben, was Sie richtig gemacht haben. Viel Spaß, viel Erfolg. Tschüss, bis zur nächsten Übung. Nummer 4. Vielen Dank.